Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal Real Data Hero zur Präsentation meiner Analysen und Grafiken rund um die Covid-19-Pandemie. Viele Beteuerungen, Befürchtungen und Vermutungen haben sich um das Thema der Covid-Impfung von Schwangeren gebildet. Aktuelle Zahlen der statistischen Bundesämter aus der Schweiz und aus Deutschland legen nahe, einen Blick auf den aktuellen Informationsstand zu werfen, wozu ich euch in diesem Video einlade. Die monatlichen Geburten der letzten Jahre folgen einem recht regelmäßigen Muster mit einem Höhepunkt im Sommermonat Juli. Dieser Verlauf erhält in den aktuell vom Bundesamt für Statistik gemeldeten Zahlen zum Jahresbeginn 2022 einen deutlichen Rückgang. Solche Darstellungen verbreiten sich derzeit in den sozialen Medien. Sollte ein zeitlicher Zusammenhang zur Impfung der Schwangeren bestehen, die ca. 9 Monate zuvor startete? Nachdem es 2021 in einigen Monaten, insbesondere im Oktober, zu höheren Geburtenzahlen gekommen war, deren Ursprung in die Zeit des Lockdowns reicht, fällt der anhaltende Rückgang zum Jahresbeginn sehr deutlich ins Auge und fordert eine Antwort. Aber geben das die provisorischen Daten überhaupt her? Zwei Datenquellen des Schweizer Bundesamtes für Statistik stehen zur Verfügung. Die Meldung provisorischer Monatsdaten, die 2021 jeweils monatlich herausgegeben wurden, und die Lebendgeburten nach differenzierten Kriterien für den aktuellen, aber auch die vorausgehenden Monate bereitgestellt. Die Gegenüberstellung der Daten für die Monate Januar bis November zeigt in den zeitnah veröffentlichten provisorischen Daten deutlich niedrigere Werte als in der am 23. Juni neu veröffentlichten Zusammenstellung. Die Differenz von 6384 lässt Zweifel aufkommen, ob die aktuell ebenfalls wieder provisorisch veröffentlichten Daten überhaupt belastbar sind. Jedenfalls zeigt der Zeitraum von 2021 auf Basis der provisorischen Daten ein niedrigeres Sterbegeschehen als in den Vorjahren, obwohl die veröffentlichte Jahresbilanz einen neuen Rekordwert zeigt. Die am 23. Juni veröffentlichten Zahlen bestätigen dagegen den Geburtenrekordwert. Vor dem Hintergrund dieser Differenzen ist somit bei den rot dargestellten provisorischen Werten in 2022 wohl ebenfalls noch mit erheblichen Nachmeldungen zu rechnen. Warum aber werden nicht belastbare Zahlen überhaupt veröffentlicht? Ist es nicht möglich, verlässliche Daten frühzeitig zusammenzustellen, wenn eine Geburt von den Eltern innerhalb von drei Tagen angezeigt werden muss? Eigentlich müssten in einer digitalen Datenerfassung die Daten zumindest des vorletzten Monats bereits den endgültigen Stand besitzen und nur wenige Daten zum Wechsel des Vormonats eventuell noch nachkorrigiert werden müssen. Wie wichtig ist doch verlässliches Datenmaterial angesichts der vielfach geäußerten Vermutungen, die Impfung könne sich auf die Fruchtbarkeit von Mann und Frau auswirken. Ausdrücklich stellt sich die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe schon im Mai schützend vor die politischen Entscheidungen, zunächst mit einer Impfempfehlung für Risikoschwangerschaften, die dann im September in eine Regelempfehlung ab dem zweiten Trimester abgewandelt wird, für die es keine ärztliche Verordnung oder Einverständniserklärung mehr braucht. Explizit wird angesichts der verbreiteten Mutmaßungen hervorgehoben, dass die sogenannten mRNA-Impfungen keinen negativen Einfluss auf die Fruchtbarkeit von Frau und Mann hätten und so eine Impfung selbst in der Stillzeit ausdrücklich empfohlen wird, was auch die Unbedenklichkeit für das Neugeborene ja bereits postuliert. So ist die mehrmonatige Phase erhöhter Geburtenzahlen in der zweiten Jahreshälfte 2022 mittlerweile vermutlich belastbar, aber der Geburtenknick zum Jahresbeginn ist angesichts provisorischer Daten nicht als verlässlich anzusehen. Somit müssen seriöse Erklärungsversuche, sowohl mit Blick auf das Impfgeschehen wie auch zu anderen Modellen, bis zur Bereitstellung verlässlichen Datenmaterials zurückgestellt werden. Die am 23. Juni veröffentlichten, wohl offenbar schon belastbareren Daten zu den Lebend- und Todgeburten ermöglichen hingegen schon einen Blick auf den Anteil der Todgeburten an der Gesamtzahl der Geburten bis 2021. Hier fällt auf, dass der Anteil der Todgeburten 2021 mit 0,44% hinter 2013, 2008 und 2006 nach sieben Jahren mit niedrigerem Anteil auf den viert schlechtesten Rang gesprungen ist. Auch dies könnte fragliche Vermutungen befördern, wenn nicht bald mit seriös durchgeführten Studien zielneutral mögliche Zusammenhänge zum Impfgeschehen auch untersucht werden. Wäre es nicht beispielsweise denkbar, Männer, die in der Zeit vor der Impfung mittels eines Spermatogramms die Beweglichkeit ihrer Spermien untersuchen ließen, nach der Impfung zu einer erneuten Überprüfung zu ermutigen, um die nicht belegten Aussagen des Gynäkologenverbandes zur männlichen Fertilität zu überprüfen und damit entgegengesetzten Behauptungen valide wissenschaftliche Kontrollexperimente entgegenzusetzen? Wenn die provisorischen Daten des Schweizer Bundesamtes für Statistik ein fragliches Bild hinterlassen, wie ist es, um die Daten des Deutschen Statistischen Bundesamtes bestellt? Auch in Deutschland zeigt sich zeitgleich wie in der Schweiz der abrupte Rückgang der Geburtenzahlen. Dies führt zu ähnlichen Abweichungen, wie wir sie auch in der Schweiz gesehen haben. Ob die Zahlen hier belastbarer sind, wird abzuwarten bleiben. Es muss der Ruf nach verlässlichem Datenmaterial laut werden, ohne dass weder politische Entscheidungen nachvollziehbar begründet werden können, noch ein wissenschaftlich dringend erforderlicher Diskurs möglich ist. Wie soll sonst mit solchen Aussagen zu einer dramatischen Zunahme von Fehl- und Totgeburten als Folge der Covid-Impfung umgegangen werden, die dieses österreichische Informationsportal präsentiert, das von sich selbst behauptet, der Wahrheit verpflichtet zu sein? Reicht es einfach aus, dass der Gynäkologenverband lautstark das Gegenteil behauptet, ohne selbst überhaupt nachvollziehbare Fakten zu liefern? Ein solches gegenseitiges Messerwerfen kann nicht zielführend sein. Weder kann es seriös das Vertrauen in die Impfung untermauern, noch kann es behaupteten Aussagen zu einem verheerenden Schadenspotenzial wirkungsvoll entgegentreten. Es muss die Forderung gestellt werden, dass die statistischen Ämter nach einem ständigen Bombardement mit schlimmsten Szenarien und Zahlenkonstrukten Daten erst dann herausbringen, wenn sie für eine Bewertung wirklich hinreichend sind. Dies ist nicht als Plädoyer für eine ohnehin feststellbare Verschleppung zu verstehen, sondern für eine zielgerichtete und effiziente Arbeitsweise. Auch müssen Sie dringend auf wissenschaftlicher Basis verlässlich arbeiten und argumentieren, denn auch in die vorschnellen Medienberichte haben sich zunehmend fragwürdige unwissenschaftliche Aussagen eingebürgert. Wenn eines Tages eine Diskussion auf Faktenbasis wieder denkbar ist, sollte es auch wieder möglich sein, sich mit den gemeldeten Impfreaktionskomplexen auseinanderzusetzen, was derzeit auch von den beauftragten Institutionen Swissmedic und dem Paul-Ehrlich-Institut sträflich unterlassen wird, sodass hierzu bereits Gerichtsverfahren angestrengt wurden. Ich würde mir wünschen, dass gerade die Gynäkologenverbände sich mit diesen Problemen unvoreingenommen auseinandersetzen würden und nicht der Impfung per se ein lupenreines Unbedenklichkeitszeugnis ausstellen würden. Genau die Anregung zur kritischen Auseinandersetzung mit der Datenlage soll das Ziel ja meiner Arbeit sein. Ich hoffe, es ist mir gelungen, mit diesem Video zu dem emotional hoch belasteten Thema wertvolle Hinweise für eure eigenen Recherchen und Diskussionen zu geben. Vielleicht ermöglicht es euch, sorgfältig weiter zu recherchieren und einen dringend benötigten Diskussionsprozess mit anzuregen, um so für eure persönliche, aber auch die globale gesundheitliche Lage mit Verantwortung zu übernehmen. Das PDF zum Video findet ihr wie gewohnt in meinem Telegram-Kanal. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, Geduld, Treue und Unterstützung und sage Tschüss, Raimund, euer Real Hero. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.